Jeff Tomlinson, es war bis zum Schluss knapp. Jetzt ist es der Sieg. Wie froh sind Sie? Das habe ich nicht gehört. Tut mir leid. Wie froh sind Sie über diesen Sieg? Es war bis zum Schluss knapp. Ja, ich bin sehr froh natürlich. Wir dürfen morgen wieder arbeiten. Wir wollten unsere Fans so verabschieden mit dem Sieg. Und ich hoffe, dass wir das in den Kloten, dass wir das... Es wird sehr engen Kloten, aber es ist kein Heimvorteil im Sippenspiel. Das Momentum, das hat immer wieder gewechselt in dieser Serie, in dieser Ligaqualifikation. Ist das Momentum jetzt bei Ihnen? Es ist an unserer Seite jetzt. Wir haben Selbstvertrauen und wir gehen dahin und wir werden genauso aggressiv spielen. Und diese Truppe gibt nie auf. Danke vielmals, nochmal Gratulation. Dankeschön, merci.